Am Mittwoch, den 2. Juli 1505, wird Martin in der Nähe von Erfurt bei Stotternheim von einem heftigen Sommergewitter überrascht. Er ist völlig schutzlos, als in seiner Nähe ein Blitz einschlägt. In Todesangst bittet er die heilige Anna um Hilfe. Ihr gelobt er, ins Kloster zu gehen, sollte er das Gewitter heil überstehen. Heilige St. Anna, hilf du! Hilf du, St. Anna! Ich will ein Mönch werden! Ich liebe es spannend. Ich höre Abenteuer und Wissen.